Hallo ihr Lieben, ich finde es so schön, euch wieder alle hier begrüßen zu dürfen und danke für heute Morgen, für eure wundervoll lieben Grüße, für eure lieben herzlichen Worte. Fand ich auch wunderschön, der Ton ist doch egal, die Legung ist doch das, was zählt. Und auch, dass ihr das so seht, was ich euch da gebe und trotz alledem mein Bestes immer gebe, auch wenn der Ton nicht so ganz jetzt noch klappt. Aber, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ist, weil jetzt ist nämlich das neue Headset gekommen und danke auch für das Angebot der Unterstützung, was ich hier auch gelesen habe, mit dem Einrichten von dem Ton und und und. Und es war jetzt einfach nur das Headset, das passende jetzt wieder zu finden, weil mein Laptop hat ja mein ursprüngliches Headset gecrasht. Und gestern, ja, war es dann auch ein Einstellungsfehler von mir gewesen, aber heute Morgen war es wieder etwas besser, aber das Headset war nicht so ganz das Nonplusultra. Und jetzt schauen wir einfach mal hier mit diesem, also ich fand jetzt die Probe, die ich jetzt gehört habe, eigentlich schon angenehmer. Aber jetzt schauen, wir schauen jetzt einfach mal, ne. So ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, also ihr seid wirklich absolut mega top und sowas von lieb und herzlich für euer Verständnis und für diese Unterstützung auch. Also eure lieben Worte, ihr seid, ihr seid zauberhaft. Danke, danke, dass es euch gibt. So, und jetzt schauen wir nämlich mal, euren Gegenüber, habt ihr gesehen, den habe ich schon rausgelegt, er steht bereit sozusagen. Und da schauen wir doch mal, was dein Gegenüber euch sagen möchte, was er sich vielleicht auch nicht so traut und ja, dieses insgeheime auch immer so ein Stückchen. Bei manchen Menschen muss man wirklich alles aus der Nase rausziehen, bis man da irgendwann mal eine Antwort bekommt, ne. So, so, da schauen wir doch mal, was möchte dein Gegenüber dir sagen. Okay. Na, holla. Was ist denn hier los bei dem guten Herrn oder der guten Dame? Ihr wisst ja, Kollektivpflegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral und wandelt es bitte für euch, für eure Situation immer so ein Stück weit auch hier um. Und Kollektivpflegung können nicht für jeden zutreffen. Also, bei deinem Gegenüber kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass er hier ein riesengroßes Problem hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, Liebe, Liebe ist seine absolute Intention. Also hier, er liebt dich. Du bist der zentrale Mittelpunkt von deinem Gegenüber. Dein Gegenüber weiß, dass hier du ihm absolut mega, wundervoll tolle Glücksgefühle bereitest. Und, ähm, ich sag mal so, dein Gegenüber ist sicher, besser kann es nicht sein. Du, ne, bist sein Ein und Alles. Das möchte ich dir auf jeden Fall sagen. Jetzt nehmen wir aber hier gleich nochmal aus dem Tarot noch was zur Klärung. Schauen mal. Was wird denn hier noch ein bisschen zur Klärung bekommen? Ja. Gut. Also, dann kann es losgehen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier alles haben. Okay. Alles klar. So, meine Lieben, dann schauen wir doch mal. Also, was dein Gegenüber dir sagen möchte, dass er hier, was dich betrifft, sehr unsicher ist. Weil, dein Gegenüber möchte ich hier schon mit dir was Festes eingehen. Das weiß dein Gegenüber. Er zieht es nur richtig, richtig lange hin, um hier eine Entscheidung zu treffen. Weil wir haben wieder hier bei dem einen oder anderen ein Elterenthema, was ihn auch immer wieder verunsichert und was ihn auch immer wieder in den Rückzug bringt. Und was ihn in seinem Inneren eigentlich auch komplett stresst, weil ich hier absolut den Stressfaktor habe von deinem Gegenüber. Und er ist hier sehr, sehr stark am Zweifeln. Zweifeln. Zweifeln, das hat mit dir zu tun. Weil er dich wirklich auch das Gefühl teilweise hat, als ob er dir nicht auf Augenhöhe begegnen kann. Und was dein Gegenüber dir ja auch sagen möchte, dass er ein sehr unsicherer Mensch ist. Der ist sehr unsicher. Und dein Gegenüber ist hier auch, wie ich ihn sehe, das ist das, was dieses Verborgene, sagen wir es mal so, in ihm ist, dass dein Gegenüber nämlich hier öfters auch mal Entscheidungen trifft, wo ja auch richtig was in die Hose geht. Also dieses, der kann sich manchmal nicht entscheiden oder sie nicht entscheiden können. Und dann sind hier aber auch Entscheidungen dieses, ja, wo er dann eigentlich, wo man eigentlich dann sagen würde, sag mal, was ist jetzt hier für eine Reaktion von wie ein kleines Kind, ne? Oder, ja, dieses, wo er dann selber auch merkt, er ist hier, er geht zu unbedacht auch um. Er gibt auch hier ein Stück weit zu viel Geld aus, was ich hier habe. Also da dieses nicht drüber nachdenken, ähm, das Finanzielle, dass man hier vielleicht mal das ein oder andere nicht kaufen sollte, so diese Käufe einfach, ach ja, mach ich jetzt schnell, ne? Passt schon. Und da, ähm, ist er vielleicht auch eine ganze Zeit lang hier von der Mutter immer so ein bisschen, ähm, mitgeführt worden, dass das vielleicht mit übernommen wurde und da diese, ähm, ja, nicht in diese Eigenständigkeit vielleicht gebracht wurde, weil das ziemlich lange so ging, das ganze Verhalten. Ähm, ja, und dein Gegenüber ist auch, möchte dir ja auch sagen, er, ähm, kann manchmal mit Geld nicht so ganz umgehen. Also, dass er einfach so schnell käufe und, ähm, sich dann vielleicht auch ein bisschen überschätzt bei dem Ganzen, weil im Endeffekt braucht er manches oder einiges dann auch gar nicht, ne? Also, dass er da einfach manchmal nicht so gut von Entscheidungen trifft. Aber ich meine, das hat doch jeder, dass man sagt, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier für eine Entscheidung getroffen, was habe ich jetzt hier gemacht, ne? Äh, bin ich hier ein bisschen dabbert, aber er sieht das eben anders, ne? Weil er macht sich da selbst nämlich auch ein Stück weit klein. Hier ist sehr viel Unsicherheit, weil er an sich eigentlich immer wieder zweifelt. Und das ist das, diese, dieses Instabile, was dir gegenüber hat, sieht er dich das komplette Gegenteil. Du bist absolut stabil, du weißt genau, was du willst, ne? Und hier auch, dass er manchmal so das Gefühl hat in der Konversation, ähm, dieses, er will dir hier mehr zeigen, er will dir hier mehr geben, aber er weiß auch mit dir, dass er absolut weiterkommen kann. Weil hier sind absolut gute Chancen. Dein Gegenüber weiß, dass er mit dir hier die beste Chance hat. Und wenn er hier nicht in die Pütte kommt, dass er hier die beste Chance seines Lebens eigentlich vertut. Gut. Die beste Chance seines Lebens. Äh, ich weiß, der ein oder andere sagt jetzt mit Sicherheit das Wort, was mir jetzt gerade nicht einversetzt. Ganz bestimmt. Ähm, ja, äh, dann denkt er sich, okay, Chance vertan. Ha, jetzt hab ich, ich hab die Kurve vielleicht noch ein bisschen bekommen, ha? Ja, ähm, wie gesagt, dein Gegenüber ist hier so verschiedene Amtsgänge und so weiter, dass er da, ähm, er weiß schon, was er tut, er sagt das auch, aber so selbstsicher ist der nicht wirklich. Und er weiß eben, wie gesagt, nicht, das ist immer so seine Befürchtung, wenn das hier komplett in die Nähe mehr geht, mehr in die Tiefe geht, dieses Beständige, Zusammenziehen zum Beispiel. Dieses, oh, dann würde sie oder er mitbekommen, dass ich gar nicht so, ähm, derjenige bin, der ich teilweise so ein Stückchen weit auch hier zeige. Ne, ne, weil da ist dieses, ähm, manchmal so ein bisschen, wie gesagt, so ein kindliches Verhalten, trotzig auch, ne, so dieses, so trotz Käufe, dann kaufe ich das jetzt eben und meine mache ich das nicht, ne, solche Sachen. Und da, ja, er sieht dich einfach, sagen wir es mal so, krass ausgedrückt oder direkt ausgedrückt, Erwachsener ein Stück weit. Würde aber nicht zugeben. Das würde auf gar keinen Fall zugeben. Was dein Gegenüber dir noch sagen möchte, ja, er fühlt sich so in seinem Inneren mit dir fest verbunden, hier seine sehr intensive Liebe, tiefer, als er jemals gedacht hätte. Er hat hier Liebe gespürt, er hat Harmonie, Ankommen gespürt, diese, diese Empathie. Er kommt von dir nicht los, er will es auch gar nicht. Er spürt diese, diese starke, tiefe und feste Verbundenheit, die ihr miteinander habt. Und er weiß, ähm, du bist das Beste, was, 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 was ihm je begegnet, du bist der beste Mensch, der ihm je begegnet ist. Und er weiß auch, dass er, wenn er nicht jetzt hier langsam mal in die Aktivität kommt, dass er hier alle Chancen, ja, fallen lässt, ne. Und du löst bei deinem Gegenüber auf jeden Fall sehr starke Glücksgefühle aus. Du berührst sein Herz, du hast sein Herz sehr, sehr, sehr stark berührt. Also ich sag mal, du bist hier komplett in sein Herz reingekrabbelt. Du bist drin, mittendrin statt nur dabei. Und hier ist alles, dein Gegenüber sagt, du bist perfekt für ihn, bist du perfekt und das möchte er dir sagen. Und er möchte es niemals missen, dich kennengelernt zu haben. Und sein größter Wunsch, seine absolut größte Wunscherfüllung ist, das bist du. Das ist das Zusammensein mit dir, das ist die Verbindung. Du bist für ihn Familie. Du bist für ihn eine komplette Neuausrichtung. Und das ist das, was er dir sagen möchte. Die komplette Neuausrichtung, dieses Altes, alte Verhaltensmuster, alles Mögliche möchte er ablegen. Aber so ein bisschen einfach noch dieses Thema. Dazu stehen auch, dass er, ich meine im Endeffekt, wenn ich das so sehe, weißt du es eigentlich. Du weißt es, aber du nimmst dein Gegenüber so, wie er ist. Er macht sich dir die größten Sorgen, der zermalmt sich eigentlich so richtig seinen Kopf. Wir haben hier so einen richtigen Grübler. Und der immer wieder dann sich da selbst stresst eigentlich damit. Bloß da nichts falsch machen und falsches sagen und so weiter. Aber dabei, wenn er sich so einen großen Druck macht, nichts Falsches zu sagen, da kommt eigentlich dann immer nur Mist dabei raus. Den Druck macht er sich selbst immens. Und dann kommt ein Käsequalk nach dem anderen raus, geschossen aus seinem Mund. Ach, ja, irgendwie. Aber Liebe, definitiv. Starke, tiefe Liebe. Er hat sogar das Gefühl, dass er noch nie so empfunden hat. Für einen Menschen, für eine Frau oder einen Mann. Wie dich, wie für dich. Das weiß der Gegenüber. Und das spürt er auch, weil das so stark ist, so tief, so echt. Dass er erst mal auch eine ganze Zeit lang gebraucht hat, es überhaupt richtig wahrzunehmen, anzunehmen, weil er es nicht gekannt hat. Jetzt haben wir, ups, ja, große Arcana von deinem Gegenüber. Hier, wir haben den Narr. Dein Gegenüber weiß, dass er manchmal so ein bisschen dieses Kindliche ist, ne? Und er weiß aber auch, dass er mit dir einen kompletten Neubeginn haben kann. Dass so dieses Unbefangene teilweise auch ein bisschen naiv teilweise sein Verhalten, naive Käufe zum Beispiel, ne? So ein bisschen Naivität. Und dein Gegenüber ist aber hier auf das, was er mit dir erlebt, absolut neugierig und möchte auch diesen Weg gehen. Mit dir. Das möchte er dir sagen. Er weiß, du oder keine, definitiv. Da gibt es keine Frage. Also für deinen Gegenüber sehe ich hier keine Frage, die er oder sie sich hier stellt. Dann haben wir dein Gegenüber hier schon. Er sieht bei dir die Selbstsicherheit. und diese Zuversicht. Und Souveränität. Und dein Gegenüber ist hier auch. Er nimmt sich so ein Beispiel auch an dir. Wie vorausschauend du bist. Und er, wie gesagt, teilweise dieses naive auch. Du hast das alles viel besser im Griff. Und dein Gegenüber möchte ich hier. Er weiß, mit dir kann er komplett auch in die Selbstsicherheit kommen, weil er ist sicher bei dir. Weil er weiß, dass es hier eine absolut wundervolle Basis für eine glückliche Beziehung ist. Und hier möchte dein Gegenüber sich auch nicht mehr zurückhalten und in der Zurückhaltung sein. Weil er weiß, hier mit dir ist er sich so sicher. Er ist sich deiner, also für eine feste Beziehung, die Entscheidung für eine feste Beziehung sehr, sehr sicher. Und er weiß, dass es hier absolut wundervolle Aussichten mit dir in einer gemeinsamen Zukunft gibt. Und dann ist hier auch noch von der Tendenz, wenn wir weitergehen, dein Gegenüber weiß oder hat Angst, was heißt weiß, aber hat ein bisschen Angst, dass hier eine feste Lebenspartnerschaft mit dir nur eine Illusion für ihn ist. Aber das ist sein größter Wunsch. Und er weiß nicht, ob du vielleicht doch irgendwie nach Alternativen suchst oder vielleicht eine Alternative für dich besser wäre, weil hier ist sehr, sehr viel Liebe mit dem Spiel. Gegenüber hier, von der Tendenz her, scheint es mir eigentlich von dieser Legung her eine traumhafte Beziehung zu sein. Und hier kommt es auch in die Balance. Weil hier, die Struktur, es ist alles gefestigt. Und hier kommt Struktur auch rein. Hier werden Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidung ist hier für eine feste Lebenspartnerschaft mit dir. Weil hier geht es in die Erfüllung. Und hier werden Chancen, werden hier aufgetan. Hier ist eine Chance auf etwas Gemeinsames. Und hier ist tiefe Liebe mit dem Spiel. Absolut. Hier ist sehr viel Intimität. Und dein Gegenüber hat immer wieder so diese Chance. Er weiß, du bist das Beste. Diese Chance, was ich hier habe, also diese Neuausrichtung auch mit dir, in die er jetzt komplett drin ist, diese Neuausrichtung. Möchte sich diese Chance jetzt nicht weggeben. Er möchte diese Chance nutzen. Weil er für sich selbst nämlich auch in die Heilung gegangen ist. Und hofft auch, dass er mit dir gemeinsam zusammen in die Heilung gehen kann. So ein bisschen dieses, ja, in diese Stabilität. Und auch das, dass du ihm das nicht auch so für übel nimmst mit dem, ja, nicht so mit dem Geld ausgeben und so weiter. Aber das ist noch so ein bisschen sein Thema, was er oder sie hier noch ein bisschen zu verarbeiten hat. Aber finde ich auch eine sehr, sehr schöne Erlegung. Und ja, es gibt ja auch wirklich solche Menschen. Aber ja, eigentlich, du weißt es. Du weißt es doch schon. Und dein Gegenüber denkt da mal, naja, nein. Und das ist alles so tragisch. Also dein Gegenüber macht hier eigentlich mehr ein Problem draus, als eigentlich ist es kein Problem. Weil für alles gibt es immer eine Lösung. Aber das sage ich, das ist meine Meinung. Für alles gibt es immer eine Lösung, wenn man will. Aber dein Gegenüber sehe ich hier auch, der ist sehr willig. Dein Gegenüber ist willig. Er will. Er will die Veränderung. Er will die Neuausrichtung. Er will diesen Neubeginn, diese Veränderung komplett mit dir. Weil du bist sein Ein und Alles. Und das ist das, was dein Gegenüber dir sagen möchte. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Wünsche euch jetzt einen galaktisch tollen Start ins Wochenende. Und macht euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend. Und führt euch ganz, ganz fest zum Abend. Danke für euer Sein, ihr Lieben. Tschüss. Und der Ton, ich muss dann nochmal hören. Aber ich denke, der Ton ist jetzt schon bestimmt besser geworden. Pretty schön. Und ich glaube, alles ist jetzt schon zweite heute halbkommen. Recht.